Hallo Leute und willkommen zu einem Diät-Update. Das letzte ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, ich glaube schon mindestens 10 Wochen oder so. Aber ich wollte euch auf den Laufenden halten und ihr wisst ja, dass ich das nicht so regelmäßig schaffe. Leute, die meine Videos immer verfolgen, wissen, ich arbeite Vollzeit, das kriege ich alles nicht immer unter einen Hut. Aber wie heute ist es so schönes Wetter und ich brauche hier noch nicht mal irgendwie ein Licht aufstellen oder so. Das Licht ist so gut, da habe ich gedacht, ich mache jetzt heute mal so ein Update, damit ihr mal Bescheid wisst. Es gibt nicht wirklich was Neues zu berichten. Also ich habe oder bin ja gestartet für die Leute, die mich jetzt zum ersten Mal sehen oder so, oder die das nicht so verfolgt haben, mit 95,1 Kilo. Bin jetzt, ich war heute Morgen auf der Waage bei 88,1, sind immer noch genau 7 Kilo. Ich bin ja glücklich darüber, dass ich noch nicht zugenommen habe, weil es ist wirklich schwierig, abends um 7 Uhr, wenn man nach Hause kommt, noch frisch und munter da zu stehen und zu kochen. Das funktioniert halt nicht immer. Wir haben so ein bisschen nachgelassen, wir haben das wirklich über vier Monate durchgehalten. Und die letzte Zeit war das wirklich so, ja, dann haben wir mal eine Pizza in den Ofen geschoben oder sind auch mal zu McDonalds gefahren, weil es einfach zeitlich nicht möglich war. Ja, aber jetzt ist es eben so, dass wir wieder verstärkt darauf achten. Bei meinem Frühstück hat sich auch nichts getan. Das habe ich bis jetzt immer so durchgehalten. Ich habe immer mein Körnerbrot gegessen, habe meine Paprika geschnitten, meine Gurke, Radieschen. Also alles, was dazugehört. Zwei Liter Wasser am Tag ist ja wichtig. Das habe ich meistens auch immer geschafft. Nicht immer, aber die meiste Zeit. Ich habe es zumindest versucht. Und ja, da gibt es eigentlich jetzt nicht mehr zu erzählen. Ich wollte euch einfach nur mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ja, und es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt so ein Video jede Woche hochlade und erzähle einfach immer nur, ja, ich bin immer noch bei 88,1. Ist ja auch langweilig für euch. Deswegen mache ich das immer so nach Bedarf, wenn ich denke, oh, jetzt wird es mal wieder Zeit. Jetzt könntest du mal wieder ein Video machen. Und ja, jetzt war es mal an der Zeit. Ich habe gedacht, Mensch, die Leute, die mich vielleicht damals abonniert haben oder meine Videos geguckt haben, nur wegen der Diät, kann ja auch sein. Es gibt ja auch Leute, die nur wegen meiner Diät zugeschaltet haben, die auf mich gekommen sind. Jetzt einfach dieses kleine Update. Es hat sich nichts getan. Wir machen aber weiter und versuchen natürlich, auf unser Wunschgewicht zu kommen. Meins liegt ja bei 80 Kilo. Und ich hoffe, dass ich das jetzt mal irgendwie hinkriege. Meine Frage nochmal an euch. Gibt es da draußen Leute, die auch auf Vollzeit arbeiten, YouTube-Videos machen und ja klar, einen Haushalt haben? Wie? Und die Sport machen. Wie kriegt ihr das gebacken, Sport zu machen und zusätzlich diese ganzen Sachen alle unter einen Hut zu bekommen? Weil ich würde so gerne mit dem Sport wieder anfangen, mit dem Joggen. Das habe ich ja eine Zeit lang auch immer durchgezogen und habe mir auch die Zeit dafür genommen. Aber ich kriege das einfach nicht mehr gebacken. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin hier abends erst um 10 Uhr fertig mit Küche sauber machen und so weiter. Und ja, das würde mich brennend interessieren. Wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Schreibt mir eine Nachricht, eine Privatnachricht oder einen Kommentar. Ich antworte jedem, weil ich einfach super interessiert daran bin, wie ihr das macht. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt alles gelabert habe und ob ich jetzt irgendetwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht. 98,1 bin ich jetzt. 95,1 bin ich angefangen. Ich bin immer noch bei 7 Kilo. Minus 7 Kilo. Und ja, ich habe da noch 8 Kilo vor mir, bis ich mein Wunschbewegt erreicht habe. Und es gibt immer jetzt zwischendurch mal ein Video, wenn ich denke, jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Genau, das wollte ich euch nur kurz mitteilen heute. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Einmal habe ich mir diesen Karibischen Traum geholt und zum anderen Kuschelweich Sommerliebe. Ja, die beiden riechen eigentlich richtig gut, aber sie halten nicht lange auf der Wäsche. Also man hängt die Wäsche auf und dann riecht es zwar, also ich habe hier so einen Heizungsraum, da hänge ich meine Wäsche immer auf. Ich habe mir diesen Karibischen Traum geholt und zum anderen Kuschelweich Sommerliebe. Ja, die beiden riechen eigentlich richtig gut, aber sie halten nicht lange auf der Wäsche. Also man hängt die Wäsche auf und dann riecht es zwar, also ich habe hier so einen Heizungsraum, da hänge ich meine Wäsche immer auf und wenn man die Tür aufhängt,